Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Mega Man 5. Wir haben heute den 21. glaube ich, also heute ist Feiertag, Vatertag. Ähm, ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ich dachte eigentlich, wir hätten nur drei kaputt gemacht, aber anscheinend haben wir doch vier kaputt gemacht. Ähm, gut, dann müssen wir mal gucken. Wir haben Wave Man, Star Man, Gyro Man und Napalm Man. Ähm, also ich finde, der Gyro Man hört sich irgendwie am wenigsten bedrohlich an, deswegen fangen wir mit dem an. So, mal sehen, was wir heute schissen kriegen. Okay, das war ein Aufzug, okay. Oh, ich muss schon sagen, das ist ein sehr komisches Level. Wir haben da links. Nee. So. Ich sollte den Controller unter den Tisch legen. Weil dann hört er das Tastengedrücken nicht so extrem. Außerdem müsste ich mich schon mal entschuldigen. Ich habe gerade auf die Aufnahmetaste gedrückt und in dem Moment fangen unsere Nachbarn von oben an, gegen die Wand zu klopfen. Also, was heißt zu klopfen? Die bauen irgendwas. Ähm, ich hoffe mal, dass man das nicht hört. Und natürlich habe ich wieder das Fenster auf. Hallo? Das war äußerst dumm. Äußerst dumm. Okay. One more time. Mal gucken, ob man hier irgendwie drauf springen kann oder so. Wer weiß, wo die den Buchstaben versteckt haben. Ist das das erste Level jetzt, wo wir wirklich... Nee, gestorben sind wir auch schon in anderen Leveln. Okay. Ich freue mich schon auf heute Nachmittag. Beziehungsweise... Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben. Irgendwas vor... Äh, Viertel vor zehn haben wir. Okay. Denn wir haben ja aktuell... Im Playstation Store... Ähm... Den Farming Simulator, beziehungsweise Landwirtschaft Simulator. Und als ich das letzte Beef Junior gesehen habe, habe ich da irgendwie richtig Bock drauf bekommen. Ich war immer schon so am überlegen... Ja, sollst du mal... Hm... Ja, spielst du dann doch eh nicht. Aber jetzt, wo es kostenlos ist... Also ein Antrugszeichen, kostenlos... Ähm... Habe ich mir gedacht... Ja... Machst du mal, ne? Und jetzt habe ich... Nachmittag... Ach, du Scheiße. Ähm... Ja, werde schön den Farming Simulator spielen. Und dabei Zida trinken. Heißt das Zida? Cider? Also dieses... Den Apfelsaft mit Alkohol. Äh... Zwei Prozent oder so. Aber das wird lustig. Ich freue mich schon ein bisschen. Und das wird, glaube ich, sehr gediegen. Ein Laban! Ah, hier können wir auch ein bisschen... Farmen. Ha! Endlich. So. Was ist mir hier... Das mit den Wolken, das ist mir ein bisschen... Ja, das war doch klar. Vielleicht lässt er hier noch ein bisschen was Geiles... Ne, lässt er nicht. Nicht liegen. Okay, da warte ich ab. Klopf, 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 klopf. Okay. Drei Leben müssen wir haben, ne? Oh, Scheiße. Okay. Kann man die... Ne, die kann man nicht kaputt machen. Also die Wolken, die machen mich... Ja, drei Leben. Die machen mich ein bisschen... Verrückt hier. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wo kriegen wir den geilen Scheiß? Ja, nirgendwo. Oh, habt ihr das gesehen? Mega geil. Hat noch nicht mal was liegen lassen, ey. Pisser. Also wenn man abwartet, kann ja nichts passieren. Ja, da muss man ein bisschen Timing haben. Aber ich glaube, wir haben den Buchstaben jetzt, ne? Das war das A. Wir haben auch einen Checkpoint, das ist auch schön. Ja, das A haben wir. Wir haben beide A sogar. Das war unnötig. Das war so unnötig. Einleben. Wow. Ist das das Ende? Oh, nice. Ich hätte jetzt eigentlich dann eher gedacht, dass hier der Buchstabe ist. Wow. Okay, da braucht man schon sehr gutes Timing. Ja, ich brauche ein Leben. Ich war noch nicht mal am Bildschirmrand. Und ich bin gestorben. Aber das ist doch ein ganz cooles Level. Was denn, wenn wir Continue machen? Na, schade. Ich dachte, wir könnten irgendwie am Checkpoint weitermachen. Na gut. Aber jetzt wissen wir schon mal ungefähr, auf was wir uns einstellen können. Ja, werden wir auch wieder. Hatten wir nicht einen Energietank beim letzten Mal? Weiß das nicht. Ich muss auf jeden Fall versuchen, nicht vor dem Checkpoint zu sterben. Ich finde es ganz gut, dass man die auch treffen kann, wenn die zu sind. Weil eigentlich geht man ja davon aus, dass sie dann unverwundbar sind. Hatte ich nicht auch ein M? Äußerst merkwürdig. Und vielleicht haben die sich auch gedacht, ja, die können ja jetzt zurück in die Level gehen. Dann können sie sich ja mal fein nochmal holen. Irgendwie so weit wahrscheinlich. Naja. Nöööö. Wir kriegen das schon hin. Oh Gott. Habt ihr vielleicht... Sowas. Das ist sehr schön. Sehr traurig, was ich hier veranstalte. Och. Oh Gott. Tem 넣et laurig, was ich nie verane HU� ist. Okay, machen wir das so. So, nice. Also, ich versuche die in der Luft da zu treffen. Okay. Naja, jedenfalls volle Energie und fünf Leben. Das ist doch schon mal... Damit kann man auch arbeiten. Die müssen wir abwarten, weil die sonst mega im Weg sind. Oh, ich wollte da gerade hinterher gehen, ey. Das wäre sehr peinlich geworden. Kannst mich mal kreuzweise... Hallo. Ha! Ausgewicht, du Penner. Also, die Sage gefällt mir ziemlich gut so. Also, es ist sehr... angenehm. Hehehe. Hehehe. Ach. Okay. Buchstaben müssen wir, denke ich, mal nicht nochmal holen, weil der, denke ich, hoffe ich, immer noch da ist. Ja. Na, Energie wäre nice. Ja. Na, Energie wäre nice. Und deswegen da durchgeglitscht bin. Ich habe den Buchstaben jetzt auch nochmal geholt, weil der halt einfach da war. Und ich nicht wusste. Aber wir haben ihn immer noch. Das ist gut. Okay. Ach, wie soll ich das denn jetzt schaffen hier? Irgendwie so. Ist auch ziemlich egal. Ich glaube, mein Fehler ist, ich muss das durchdrücken. Also, ich darf nicht... Ich... 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 Ich spamme immer. A-Knopf. Und ich denke mal, dadurch... Ich denke, das Spiel wird zwischendurch nochmal aufstehen, was ja gar nicht stimmt. Ach, scheiße, Mann. Ach, scheiße, Mann.